Hi und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch die Welt Liberty Island in Swap the Box USA vorstellen. Ich öffne es einfach mal. Wie ihr seht, spiele ich jetzt Level 1 für euch. Wir haben einen Zug und nehmen die Holzkiste hier oben und ziehen sie einen nach rechts. Und wie ihr seht, sind wir schon im Level 2. Dieses zeige ich euch im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao!